Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsübung. Warum es meine absolute Lieblingsübung ist? Historisch bedingt, ich habe schon immer Butterflies gemacht. Früher mit sandgefüllten Wasserflaschen auf dem Bürostuhl und jetzt zeige ich sie dir mit der besten Lucadora Mens Health Ausrüstung. Bei Butterflies solltest du darauf achten, dass du im unteren Wendepunkt eine maximale Spannung in der Brust hast und dass du die Handeln oben nicht komplett zusammenfährst, da sonst die Spannung in der Brust abbricht. Für den richtig geil definierten Bizeps zeige ich dir jetzt die absolut geilste Bizepsübung. Setzende Bizeps Curls, wichtig ist, dass du nur den Unterarm bewegst und eine schön isolierte Übung ausführst. Also komplett nur den Unterarm bewegst. Entweder einzeln oder zusammen. Hückel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.